Rose Fröhlich, echter Patientenfall, hilft Apfelessig beim Abnehmen. Ihr Lieben, ich habe in letzter Zeit ganz viele Patienten in der Beratung, die sagen, ich trinke Apfelessig und möchte das ausprobieren, geht das, hilft das, hilft das zur Gewichtsabnahme. Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare von all denen, die das gemacht haben, wie lange ihr das durchgehalten habt, funktioniert das überhaupt, welche Erfahrungen habt ihr mit Apfelessig und Abnehmen gemacht. Also ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistente mit Kassenzulassung und eigener Praxis und es ist so, dass die Apfelessig jetzt gerade gestern bei drei, vier Patienten hochkam. Ich gehe davon aus, dass das Thema Apfelessig wieder mal irgendwie durch die Lande tourt. Das ist übrigens eine alte Geschichte, kann die schon vor 30 Jahren, als ich Diätassistentin geworden bin und da war es genauso hilfreich wie heute. Wenn wir nämlich zurückgucken, hat es vor 30 Jahren genauso wenig geholfen, wie es jetzt geholfen hat, weil der Apfelessig ist ja nur ein Moment und der Apfelessig besteht ja aus Apfeln. Das heißt, wenn ich einen Apfel daraus essig herstelle, dann enthält der Apfel ja Zucker und zwar Fruchtzucker. Und dieser Fruchtzucker ist, wenn wir in die Nährwertangaben gehen, auch in dem Apfelessig drin. Das heißt, der Fruchtzucker aus den Äpfeln kann die Heißhungerattacke, wenn ich dann, und da wird ja empfohlen, Apfelessig zu trinken, zum Beispiel verdünnt mit Wasser, was ich schon irgendwie komisch finde, aber der Mensch ist ja vielfältig. Das heißt, an der Stelle wird der Heißhunger getilgt, weil der Zucker aus dem Apfelessig kommt. Das heißt, pro 100 Milliliter habt ihr ungefähr einen Würfelzucker. Also hier steht drauf, 1,5 Gramm auf 100 Milliliter. Das heißt, wenn wir es ganz genau nehmen, ist es ein halber Würfelzucker. Der Würfelzucker, der Fruchtzucker, der zu Zucker umgewandelt wird, wird aber immer dazu führen, dass der Insulinanstieg kommt und dass ein Apfelessig verdünnt dann sozusagen bei einer Heißhungerattacke helfen kann. Naja, schmeckt es besonders gut? Essig sei mal dahingestellt. Und wenn ich dann den Apfel noch drin habe und den Zuckeranteil, dann kriegt das Gehirn ja eine kleine Rückmeldung von dem Zucker. Und in dem Moment habe ich die Möglichkeit, dass auch die Heißhungerattacke weggeht, weil ich ja eine bestimmte Menge an Zucker aufnehme. Dann wird in dieser Diät empfohlen, auch noch sowas wie Joghurt oder Molke oder Buttermilch dazu zu nehmen. Auch die ganzen Milchprodukte, also Molke, Buttermilch, Kefir, Joghurt, enthält alles Zucker, Leute. Das heißt, gerade die Molke ist zwar fettreduziert, auch die Buttermilch ist häufig fettreduziert, aber die enthalten alle Milchzucker, weil das nämlich aus der Herstellung in der Molke, im Kefir und bei dem Joghurt haben wir ja die Kuhmilch, haben wir sozusagen den Milchzucker drin. Wenn ich jetzt Sojaprodukte nehme, habe ich auch den Zuckeranteil drin. Das heißt, an der Stelle hilft das alles nicht, weil wenn ich den Apfelessig mit meinem Milchprodukt kombiniere, dann habe ich sozusagen auch den Blutzuckeranstieg. Und dann haben wir den Effekt, den wir, oder der überhaupt irgendwie immer mit Apfelessig verbunden werden würde können, haben wir dann nicht, weil auch da wieder der Zucker ansteigt. Dass das dann hilft, weil ich eine Eiweißquelle zu mir nehme oder die Heißhungerattacke weggeht, weil der Milchzucker Blutzuckeranstieg macht, logisch. Was soll der Essig denn machen? Leute, schmeckt das? Mögt ihr das? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr sozusagen das mit Apfelessig seht. So, mein Tipp. Also Leute, immer, wenn ihr irgendwas liest, was so super toll helfen soll beim Abnehmen, denkt einmal mal nach, ob es wirklich so ist. Weil wenn ich Apfelessig schon 30, 40, 50 Jahre habe und die Leute es schon vor 30 Jahren ausprobiert haben, warum ist das Gewicht denn bei den Menschen gestiegen, wenn es angeblich so einfach sein soll? Oder wenn ich Kaffee trinke und alles wird besser. Das Gewicht geht runter, das Gewicht steigt nicht. Oder irgendwelche Nahrungsergänzungen, die helfen sollen. Oder irgendwelche Tropfen. Gibt es ja diverse Angebote auf dem Markt. Leute, Leute, Leute. Das Einzige, worum es geht, hier geht es um Kohle. Also, überlegt euch ganz genau, ob das der Sinn ist, ob ihr das ausgeben möchtet, ob ihr an der Stelle, egal ob das Apfelessig, der gehört in den Salat. Den kann man für den Salat nutzen. Den kann man sicherlich auch für die Zubereitung anderer Speisen nutzen. Der wird ja in kleinerer Menge verwendet, dosiert verwendet. Und dann ist der Apfelessig auch per se eine gute Lösung. Und natürlich auch jeder andere Essig, den es gibt. Also von daher, ihr Lieben, überlegt ganz genau, ob das, was ihr umsetzt, wirklich etwas ist, was dauerhaft hilft. Weil, wenn der Apfelessig so viel Gewichtsabnahme machen würde, dann würden die Doktors sagen, mach Apfelessig. Dann würde die Krankenkasse sagen, mach Apfelessig. Dann hätten wir nämlich alle weniger Probleme, die die abnehmen wollen, können abnehmen damit und hätten sozusagen den Effekt, den sie haben wollen. Gibt es den? Nö, gibt es nicht. So, ihr Lieben, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Hoffentlich ohne Apfelessig oder wenn im Salat oder wenn im Leckeressen, vielleicht für eine Geschmacksstruktur von einer Soße. Da haben wir nämlich auch mal Essig genutzt. Ich habe ja Köchen gelernt und da kann man sozusagen Apfelessig viele schöne, leckere, andere Sachen mitmachen. Und das ist auch gut so. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und denkt dran, Kommentare abonnieren, Pluswerk, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Ganz liebe Grüße und einen schönen Tag.